So, herzlich willkommen bei Cobra 11. Heute geht es in die Lüfte. Mal gucken, was wir machen. Und, wie geht es näher? Näher ist es hier. Hier vorne. Ich weiß noch, damals, als ich Fallschirmspringen war, da gibt es so eine, das heißt volle Bremse. Und das ist total schrecklich, weil man springt aus 4000 Metern raus, dann wird man so stabilisiert von den Nähern. Da kann man so ein bisschen so den Schirm so aufpusten, dann bleibt man so ein bisschen in der Luft stehen. Und das habe ich auch gemacht, aber ich habe natürlich total vergessen, dass wenn man in so eine volle Bremse geht, so heißt es, dass der Schirm dann wieder einklappt. Und das Gefühl, was ich da hatte, als dieser Schirm plötzlich in, keine Ahnung, ich glaube 1000 Meter oder was das noch war, bei 1500 haben wir in die Leine gezogen, dann ist der Schirm wieder eingeklappt und ich bin wieder ein Stück gefallen, dann ist mir aber das Ganze nach Hause, rutscht das kaum noch. Wie schön! Wie schön! Siehst du ihn? Und wenn man sich überlegt, dass der Indische Ozean und dass überhaupt diese ganzen Inseln mal verschwinden sollten, das wäre schon wirklich schade, es ist wunderschön. Nicht nur das hier, sondern auch die anderen Teile der Welt sollte man eigentlich versuchen zu halten, weil es einfach schade ist, wenn wir die Meere so verschmutzen. Also von hier aus 1 Meter, 115 Meter Höhe. Ich würde sagen, bitte, bitte, für alle, schade die Erde. Wundervoll. Wundervoll, marvellous. Wundervoll. Da müsste jede Sekunde es kommen. Jetzt stellen sie mich so ein bisschen gegen den Wind, damit ich landen kann, damit sie mich nochmal runterziehen. Es ist wundervoll, total geil, es war ganz toll. Es ist oben ja ruhig und so, ich mag das ja total, wenn ich so eine Löhne anstelle. Und wunderschön, ich hätte gedacht, wir fahren ein bisschen um die Insel rum, haben wir nicht gemacht, macht aber nichts, war eine super Sache. Und wenn man das von oben sieht, sieht es wirklich ganz, ganz toll aus und man denkt, die Erde gehört sowas von geschützt, weil es einfach so wunderschön ist.